Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Horrorfilm haben wir geguckt, so, Flohfehl, also der Film war relativ gruselig, weil es ein Horrorfilm war, so, und, ähm, genau, also dann, ähm, war ich bei meinem Kumpel im Zimmer, und draußen im Wohnzimmer bei ihm hat jemand Klavier gespielt, und dann sag ich so meinem Kumpel, hä, ist doch komisch, dass das so schöne Musik, Klassikmusik im Film läuft, und dann haben wir den Film gestoppt, und mein Kumpel so, ja, das ist nicht der Film durch Strauss im Wohnzimmer, weil ich hab mich schon gewundert, warum da plötzlich so schöne Musik im Film läuft, obwohl es doch wohl ein Horrorfilm ist, das müsst ihr euch mal geben, ich gucke da den Horrorfilm an, und plötzlich läuft da so eine schöne Musik, hä, da denkt ihr auch, was ist das jetzt, ja, das ist wieder typisch, Floh, ne, danke für zugucken, bis zum nächsten Mal, ciao. Musik